Hallo Leute, wir sind's wieder, die MC Spaß, nach einer längeren Pause mit dabei ist der... Big Mac wieder einmal. Jo, und wir spielen jetzt hier eine Runde. Bad Wars, genau. Bad Wars, mit dem Spieler immer am wixen. Ja, immer am wixen. Musst du dann zensieren bitte. Einfach mal 2 vs. 2 würde ich das mal nennen, ne? Machst du Mitte? Okay. Und du rissest die Schmaus, ne? Ich spring runter. Ja, okay. Macht auch Spaß, man. Der erste, was ich mein, muss sein. Ja, immer. Ich hab grad bisschen FPS-Einbrüche. Ja. Es ist ein Ninja. Ja, das... Ich glaub's nicht. Ja, ehrlich. Wir gehen ohne Spaß, ne? Wir gehen uns erst mal eine Stunde über scheiß Motorräder unterhalten haben. Wir haben mal beschlossen, einfach mal aufzunehmen, ne? Ja, bauchst du hoch, Digga, bauch hoch. Ja, bauchst du schon davor beschlossen, ne? Genau. Wie viele Blöcke hast du noch? L10. Achso. L10. L10. Hau raus, gib mir, gib mir. Nicht Pause. Oh, ne, mach du. Muss ich noch einen hoch? Schon, oder? Ja. Nice. Wir sind Team Gelb. Ne, wir sind Team Rot. Wir sind Team Rot. Ja, ich mein, die anderen sind Gelb. Wo war Gelb denn? Ja, ich mach mal ganz schnell wogen. Da ist Gelb. Jetzt erfick ich sie. Bitte zensieren. Ja, soll ich die ganze Folge zensieren, oder was? It's so. Piep, 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 piep. Okay, ich komm dann mit Hause und immer runter dann. Und da raus, ey. Ich mach dich mal ein bisschen leise und ein bisschen mehr vorlaut. Ups, Alter. Mh. Was auf wem ist. Komm mal in die Mitte. Und die schau mal runter. Ganz kurz auf mich? Ja. Bis ich da bin. Ich hab kein Schwert. Ja, verkauf dir halt eins. Denkst du mir eins mit, ja? Ich kann ihn nicht... Ah, ich war einfach zu scheiße. Team Gelb Team. Team Gelb. Hä, what the fuck? Ja, hab ich auch krass gedacht. Ja, lass Team machen. Team Rot Team. Team Rot Team. Ja, immer. Du brauchst ein Schwert, sagst du noch. Ich wollte eigentlich das andere Schwert kaufen. Ich hol den Schwert, ja. Ja, die sind zu der Mütter, die soll keinen Hup. Keine Beleidung, bitte, ja? Ja. Piep. Diese kleinen Hup. Piep. Piep, piep, piep. Warum hast du hier zugebaut? Das war nicht ich, da ist einer drin. Da ist einer drin? Ja. Ach so. Und wo bist du? Ich bin unten. Ach so, in der Mitte unten. Da ist einer drin. Ja, komm, get wrecked, get wrecked. Der hat mich. Der hatte ein Herz, dein Ernst. Junge, das kann's nicht sein. Ich hatte Bogen. Na. Ja, ich hab's riskiert. Oh, er rennt weg. Echt? Das hat schon wieder zugebaut hier. Kann's auch nicht sein. Ja, ab ihn. Mach mal auf, hier hast du ne Hacke. Hab keine Hacke. Ja. Also immer in Hatta haben sie kein Gold. Haben sie kein Gold, ne? Ja, das ist... Aber... Ach komm, ich hab ne Hacke. Guck mich jetzt an. Ich hatte nen Bogen, verdammt. Ich geh sie mal, ähm, wrecken, ne? Wacken. Holen wir uns sie? Sie uns. Errüst du dich noch ein bisschen aus, ne? Ja, mach ich. Ja, komm mal jetzt her. Jo, ich komm gleich. Also bring ja mal Hacke mit. Und da ist noch ein Schwert. Ja. Ich werd dir eh nochmal verrecken, bin ich mit. Ich höre dir das zweitbestes Schwert, ja. Jo. Ja, das reicht. Ja, das reicht. Komm. Ich komm mal. Ich komm mal. Nächstes Spiel dann... ...ein Let's Player aus meiner Sicht. Was sagst du? Dass unsere lieben Zuschauer, die gar nicht... ...nächstes Mal eine... ...sicht... ...ein Spiel aus meiner... ...ein Let's Player aus meiner Sicht sehen werden. Ja, klar, kann man machen. Richtig. Viel besser drin als du. Haben sie alle in die Comics geschrieben? Echt? Mhm. Immer. Hast du noch ne Hacke? Ja, hab ich. Laufen. Komm. Auf was ist runtergefallen? Was ist runtergefallen? Die bauen sich da ein. Warte mal, warte mal kurz. Was denn? Ne Idee, warte kurz. TNT? Ne, warte kurz. Ja, was denn? Wenn sie genau dahinter sind, kriegen sie all diese Pfeile ab. Ja, wieso denn? Echt? Ist so, ist ein Bug, ja. Lass reingehen, komm. Holen wir das Bett kurz. Okay, gut. Jetzt bauen wir ab. Hast du gesehen? Ja. Geh mal weg, ich schieß rein. Bauen wir wieder ab. Dein Ernst? Die bauen sich immer zu mir, ja. Kann das nicht sein, ja. Dann geh direkt weg da. Mhm. Haben die nen Bau? Jo, abends war. Ich bin gleich down. Fällt mir gerade so auf. Mhm. Alter, was denn das war's? Geh ein bisschen weg, ne? Wenn du dran bist. Jo. Treffen ziemlich gut. Ist das dein Ernst, Alter? Ja. Das kann's doch nicht sein, ne? Mann, ey. Nee. Ich würde hier nicht runterfallen. So, jetzt hier kommt der harte Fight. Hast du ihn? Ab. Yo, nice. Down. Pass auf. Down. Also geh mal weg, dann kann ich sie noch ein bisschen weg. Down. Ja. Mit Bau. Pass auf. Warte kurz. Ja. Absolut. Jetzt sind sie ganz low ausgerüstet. Lass mich noch ganz kurz ein bisschen recken, dann können wir angreifen. Warte. Die haben ja nix da drin, lass das einfach. Das ist wie die Kill. Ja auch. Wollen wir rein? Ah ja, mach mal auf. Du baust ab, ja? Ja. Komm, bau. Bau, 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 bau. Come on. Halt ganz kurz, ich bau hier hoch. I don't know. Nee, das kann nicht sein. Ich glaub, der mich jetzt runterhaut. Er hat mich runtergehauen. Dein Ernst? Digga. Ja, ja, der hatte übelste Ding. Baust das Bett ab? Ja, ich hab mich ein bisschen hoch gebaut hier, dass ich alleine bin. Und jetzt Respekt. Okay, ich hab's. Hoffentlich lieben die jetzt nicht. Darf ich auch noch einen töten? Ja, klar. Ich hol mir einen mit dem anderen, kriegst du. Die laufen da jetzt gerade, ne? Nee, tut er nicht. Lass ihn mir bitte. Lass ihn bitte. Ja, ich warte. Hol ihn dir. Ja, weil er jetzt hier hochkommt. Ich hab ihn nicht bekommen. Doch, hab ich. Doch, hast du. Alter, ich dachte, ich hab den irgendwie von der Seite geschlagen. Also, ich hab ihn von der einen Seite geschlagen, aber nicht auf die andere Seite geflogen, sondern auch in meine Seite. Das war ne wirklich schnelle Runde. Jo, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ne Bewertung da und solche Scheiße. Saum hoch, Abo, Kommi. Ja, wir wollen Geld. Ja, wir wollen hier richtig fahren hier werden, damit wir später nicht da warten müssen. Genau. Jo, haut rein, Leute. Ciao. Ciao. Ciao, Leute.